Angriff mal Ehe, Asus! Lande! Alter, wie viel Anlauf nimmst du? Du knallst ja über die Dings drüber! Ein bisschen! Joshua! Jo! Seid ihr herzlich willkommen zu einer weiteren... Oh, ein Panzer! Los, Attacke! Zu den Jets! Wo ist Paul? Wo sind sie denn? Hast du das Gesicht? Militärfahrzeuge, Militärfahrzeuge! Oh, Panzer! Habt ihr den, Jet? Alter, kann man den Panzer klauen? Oh, shit! Nein! Wer steigt aus? Einer steigt aus! Ich nehm den Heli! Oh, Reuter, ich nehm den anderen! Panzer macht den Kokomo mit einem Schussplan! Ich hab einen Jet! Ach, du Scheiße! Alter! Nein! Nein, ich bin gestorben! Nein! Nein! Aha! Schon mein Auto! Ja, wo ist der mein Auto? Oh, schon irgendwie! Versuchen wir nochmal drauf zu kommen! Ich lebe noch! Weil viele Zuschauer fragen, hä, was haben die jetzt über vor... Ich hab nen Jet, ich hab nen Jet! Wir wollen ja nicht auf die Militärbasis... Ich hab gleich wieder ein Auto mit vier Türen! Ich hab gleich wieder ein Auto mit vier Türen! kto! Wo ist der zweite Jet? Ich bin tot! Da! Da, da! Na... Ach, man wird hier auch von Jets verfolgt, hab ich können vergessen. Ach ja, der wollte man sich! Oooh! Nach mir hier auch wieder ein Stecker, ey! Ich weiss, ob die Karre wirklich funktioniert, aber wir werden's ausprobieren! so einsteigen ich habe immer noch ein geld klappt schon komm rein 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 einsteigen was wieder drauf mit der karte brauchen wir nicht anlauf ich wusste es wieder einer kommt mir wieder jetzt häng ich ja auch noch komm steigt ein beide ich bin schneller da ich bin irgendwo am arsch der welt gespawnt hier kommt 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 mit der karte ja danke und ich habe pure eskalation hier ja genau ja genau Ich bin hier in rosa. Nein! So will ich anlaufen. Nächster Versuch. Bin drauf, bin drauf, bin drauf. Schöner Ausbruch. Alter, die haben gepanzert. Da fehlt irgendwas. Mann, mein Jet ist explodiert. Ich weiß nicht wieso, was hat der getan? Wer schießt hier? Ich? Oh. Ach ja. Wenigstens gehen die Lichter noch. Geschafft. Geschafft. Nein. Nein. Oh. Komm, ich hab' einen Jet, Leute. Oh nein, da ist ein Panzer. Wolle. Ja, ich hab' einen Jet. Will einer ein Jet haben? Ich holne den hier am Ufer. Da kann ich einer holen. Geil. Ihr habt ja Zeit, gell? Lass mich. Ich lande. Wenn jemand ein Panzer zieht, schreit einfach. So, ich hab nen Jet, Leute. Ich bin glücklich. Jet. Ja. Jet. Ein paar Schrauben. Hast du auch nen Jet, Joshua? Der Erste. Ja, sofort. Ich hatte gerade schon einen, aber jetzt ist es so geil an dem Kopf drin auf mich ausgesetzt. Sollen wir damit jetzt noch nen Kampf machen? Okay. Ach, da kann man noch mit schießen. Wie schießt man denn damit? Der Kampf darf doch nicht so lange stehen. Ja, verdammt. Wie ist das der? Oh. Der Nächste. Hier, mach mal Raketen auf E. Steig da raus! Vorsicht, hinter dir schießt die ab. Kein Radio. Äh. Nein. Ach du Scheiße. Keine Ahnung, aber ich glaub die Chris auch schon wohl so kaputt. Die Panzer haben sich selber abgeschossen. Oh Mann. Ich versuch erstmal nur zu fliehen. Ähm. Der Nächsten Jet muss ja aber leider selber holen. Ach, Mann. Ey, und du bist gestorben. Was? Ja, ich bin über die Militärballes gefahren. Ja. Also ich hab plus 2000 bekommen? Für gute Führung. Ich hab grad einen Jet geklaut auf Militärbasis. Was passiert, wenn ich denn jetzt hab ich klauer? Ich frage mich gerade, wer 5000 Dollar auf mich ausgesetzt hat. Den, wo du das Auto geklaut hast, glaub ich. Ey, da ist jetzt nur ein Kopfgeld. Was? Wo? Kopfgeld! Will einer mit mir in den Jet fliegen? Ne. Jet fliegen! Geh doch gar nicht. Ich bin gestorben. Boah, das glaub ich jetzt nicht, ey. So, was machen wir jetzt nächstes, Leute? Hat jeder was Schönes? Äh... Ein Schwarzergang! Ja. Ach, sah, bist du das mit dem Kopfgeld? Ja. Oder wir verspielen versteckend. Nein, nein, nein. aber natürlich war auch der falsche richtung fettig wie immer wo muss ich denn ich kann nicht auf die karte gucken so ein Mist ich bin hier unten ich bin hier unten wo ich da hinkrieg mit dem Teil zu landen jetzt ich hab ein mit der Karre klappt das einfach nicht ich bin mit dem Jet gelandet es ist möglich soll jemand zu mir kommen ich hab mit dem Jet gelandet oh mein Gott, kann man nur alleine in dem Jet rein, oder? ich steig eben aus dem Fahrzeug aus, gib mir ein Headshot, steig wieder rein und fährt weiter eiskalt der Junge ja, ist das ein bisschen die Militärtypen terrorisieren, oder? Militärtypen terrorisieren Militärtypen terrorisieren ich flieg hier grad mit dem Heli über die Basis und schnall alles ab was mir vor der Flinte kommt da oben nimm mir so ein Militärtypen oh, mal sehen, ob ich jetzt rüberkomme, ich versuch's noch Hallo Pixel, ich wurde an hier fahren das war knapp erstens gegenseitig in der Luft crashen, oder? das nein, nein SOS SOS ich mach das jetzt zumindest oh ne, das ist ganz klar aber der ist ganz klar ich bin auf jeden Fall halb in der Basis drin ich bin irgendwie jetzt in diesem Zwischenteil da drin Master of the Star Star hab ich gekriegt Crew Rang 28 hier ich mach mal ne Tauchtour ich mach mal ne Tauchtour ich mach grad, die war voll nah am Spiko ran ey ups ist nicht was das ist ein Panzer, den mach ich fertig das ist mein Panzer, du Depp ja und? ja, nach unten ja, nach unten, du hast abschließt mit dem Jet ja warte, steck mir da in den Lüks warte nein ey, du Arsch boah, ich bin so... ey, oah, Sebastian ach komm ne dunkle Blockchain ich glaub, du hattest Kopfgeld deshalb hm, 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 hm brought myself an Wall Street dann, du kriegst er noch einen kannst ja meinen haben ein paar nem Jet vorbei Axel Axel dda d Was? Axel Schwarz einstet die 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 Spassel ich bin kaputt Anzupfanzer das war und sich jetzt an jetzt muss er wieder drauf fahren Prozent ich habe das und so an das Spiel muss das man sich gegenseitig mit so einem zum Schlag und Kaputt kloppen ich glaube der Welt zu 10 Euro lustig oder ach man soll ich euch einfach mal zum Job einladen du bist ein Knippel du bist ein Knippel Junge? Alter was ist hier los auf den Straßen? was ist hier los auf den Straßen? was ist los auf den Straßen? Leute Pate Pate da ist ein Jet, da ist ein Jet in der Halle Ben, das kriegst du zurück Jaaaah wie, was ist denn hier los? Vorsicht! Alter, was los bei euch? was ist denn das mit euch? als habe ich die Polizei mich einfach umkehrt ey, wie die mich einfach ähm hier schmerzt mich so, ja alle die auf die Straßen gehen sind selber schuld, wenn zu sterben ich nehme keine Haftung so, ich bin jetzt hier auf dem Laster was wollt ihr tun? oh jesus 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 wir weg hier Alter da bin ich schnell oh, äh, äh weg 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 oh, alter was ist denn hier los? Aua Aua verdammt, ey Pura Eskalation! So, ich hole mir jetzt einen Panzer Wo ist der Panzer hier? Danke für das Auto Ey, mein Gott Juuuuh Ehh 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 Alter, wie geil die an den Polizeiautos hängen Nein, ich hab keine Granaten mehr Oah, scheiße Das ist ja wie im Film Bloß besser Scheiße, hier ist nichts drin Bloß nicht ein Film, was? Bloß ist kein Film Aaaaah Ja, wie im Film, bloß es ist keiner Oh mein Gott Oh, sorry Krass Du kannst da nicht einfach auf die Straße rennen, Dilli Warum denn nicht? Jetzt hast du mich gestoppt Hoche, helf mir Hilf mir Hilf mir Hilf mir Hilf mir Ja Moment. Warte ich komme 簡 ironisch Eskalation Porre Eskalation Pixel Pixel Boom Das schaffst du nicht Oh ja Oh ow Ich will eigentlich so ein Panzer haben, das ist der wohl cool. Ich hab grad eben schon einen gehabt. Man kann Panzer nehmen? Ja du musst einfach nur an den Panzer drangehen und den Typ rausruppen, wie aus dem Auto. Aber hier muss erstmal ein Panzer sein, hier ist niemand. Alter, was ist mit euch los? Boah, die Bullen müssen abgehen hier. Dann sollen wir einfach auf dem Militärplatz hier bleiben und dann den ganzen hier alle abschießen. Geht das? Na? Was kriegst du in Athen? Doch. Ein bisschen Wildung? Jo! Tüsch, tüsch, tüsch! Yeah! Boah! Was war das? War das der Panzer? Holy moly. Äh! Hey! Das war eigentlich nur ein Glückstreffer. Ja! Aus der Entfernung hätte ich das jetzt nicht gedacht. Ich bin voll in die Kugel gerannt. Alter, die Straße, ne? Oh man, ich bin ausgestiegen aus dem Auto, unter dem Panzer geglitten und er hat einfach. Sollen wir jetzt alle Blatt machen? Oh, hast du mir zusammengeschossen? Weil ich's kann. Aber... Ja, lenkt ihm ab, dann kommt er vielleicht zurück. Ich bin ausgestiegen! Jemand ein gutes Auto? Oh, ein Lkw überfahrt. Wer schießt denn schon? Wie geht denn hier ab? Ich bin hier schon wieder am Arsch der Welt. Das gibt's doch nicht. Wer schieß denn hier auf mich? Wer fahr'n Sack? Boah! 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 Wohl gedacht, Junge! No! So! Hast wohl gedacht, Junge! Boah! Boah! Okay, jetzt wachen wir hier auf den Straßen, okay? Wie man den Straßen... Hör'n mal auf an euch gegenseitig fettig zu machen! Echt, ey! Wir sind da vor die Venditärbasis leer zu räumen hier und ihr macht... Der wieder Spastinator, ey! Oh! 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 Illy, das war schon wieder so knapp! Hä? 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 Ich hab dich doch nicht, extra nicht getötet! Hä? Das ist unschuldig! Oh, das Gibt es einfach nicht... Alter, lass mich doch erst mal spawnen, du Drecksau, ey. Oh, ey. Sorry. Was soll der Scheiß denn jetzt? Oh, nein. Jetzt fragen wir uns alle um. Danke. Dann viel mehr passiert auch heute nicht mehr. Alter, das gibt's doch nicht, ey. Mach's denn? Überall so viele Leute. Ich muss irgendwo draufschießen. Hey, total irre, ey. Dein Ernst? Achso, wir machen jetzt einfach ein Deathmatch hier, oder was? Spontanes Deathmatch. Ich meine, das war geplant. Das wollten wir danach machen. Es ist alles gescriptet. Echt. Jeder weiß, was er sagen muss. Jetzt zum Beispiel sagen, Oh, nein. Er hat mich erschossen. Oh, nein. Aua. Wow. Ja, wie kann das denn jetzt passieren? Da bin ich überrascht. Guck mal. Diese Eskalation. Boah, Alter. Ja, genau. Er hat Auto-Aim. Janek, du bist des Todes. Ja, was ich auch kann sagen. All auf Janek. Der darf nicht nur einmal sterben. What the fuck? Das ist zum Kotzen, ey. Hä, warum? Von hinten? Du hast die Miete zusammengeschossen. Du atmest noch nicht, ganz. Da hast du schon die ersten Kugeln wieder im Kopf. Ehrlich, ey. Da, der Sniper. Da sitzt er. Das ist schon die Läge durchsichert. Oh, ey. Das war cool. Oh, mein Gott, ey. Josh will zum Psychopathen. Nein? Wie machst du das? Du hast mir schon die Überwaffen. Gibst du. Ich hab dich abgestattet. Assault, du Riesen-Arsch. Warum stehe ich denn jetzt im Passiv-Modus? Ja, okay, geht auch. Nein. Ich hab so ne Kack-Waffen, ey. Der ist echt peinlich. Ich kann's nur nicht abschießen, du Spast. Sorry, Chili. War nicht mit Absicht. Sorry, ey. Wie war das komisch, das hör ich immer von euch. Sorry, Chili. War aber das tut es. Darf man nicht manchmal spawnen hier? Nein. Boah, das war nicht mit dem Dreck neben mir, der ist der Wigster, ne? Nein! Ich hab den Passiv-Modus. Boah. Boah, Marcel. Gut ausgesicht nach reingekommen. Nein! Wie geht ab der wieder weg? Der Kieler MC war das. Kann halt wahr sein, ey. Wie macht man den Passiv-Modus wieder weg, Leute? Sorry, Chili. War keine Abziehung. Nein, 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 nein. Schlag nach. Dann fahren, Alter. Im Sprung, Alter. Im Sprung. Im Sprung. Schön. Bin ich dann jetzt gestorben? Nein. Wie wär's, wenn wir mal ein richtiges Deathmatch waren, außer das? Wer weiß. Ist ja nicht so, dass wir hier Geld verlieren oder so. Scheiß aufs Geld. Das ist gut, dass du so entdeckt bist. Nein! Das ist gut, dass du so entdeckt bist. Nein! Was denn? Was denn? Oh, ist gut, dass du so weit weg warst. Wat war das denn? Hä, der schon wieder, ey. Das gibt's da nicht. Nein! Jetzt wollte ich Chili gerade voll in den Hinterkopf knallen. Aha! Scheiße! Hallo? Hallo? Es hättest du nicht. Haben wir? Mit einem Loch im Kopf, Alter. Höhöh, witzig. Höchstgamer ist jetzt echt uncool. Oh! 9 zu 0, ne? So ne Scheiße. Im Ernst? Dann bist du richtig schlecht, irgendwie. Gibt's doch gar nicht. Hast du Auto-Aim dran, du wurst? Ja, hat der, ganz sicher. Wer? Wer? Ja, Belitz, hier, Yannik. Yanni, Yanni wohl. Ne, mit Maus gibt's keine Auto-Aim. Ich glaube, ich bin ein beliebtes Ziel. Ein beliebtes? Das gibt's doch gar nicht. Ein beliebtes? Sebastian, du Arsch. Hallo! Hallo! Gebt was da? Ja. Oh. Nein! Jetzt hängt mein Ding wieder. Mein PC-Pie. Jetzt hängt mein Ding wieder. Echt, ey. Ja, ist echt schlimm. Ja, ist gut jetzt. Ach, Mann! Ach! So! 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 Nein! So, du Schmein! Nett mich Jesus. Was? Was? Macht keiner. Spaß. Wie schafft er das? Du bist doch nicht mal tot, oder? Nee. Ey, willst du mich verkeiern? Was ist denn los mit dir? Musst du nicht zur Schule oder so? Boah! Wer ist das jetzt? Ist mir schon von dem... Du hast mich doch jetzt nicht überfahren, ne? Oh! Doch! Boah, Chili, das ist... Nein! Das ist ja doch schlimmer als Erschießen, ey! Das ist voll Chili! Oh! 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 Komm, wir machen mit deinem Passivmodus, alter! Hahaha! Er hat dir wieder von allen Ecken geschossen, ey! Oh! Ich will da nur ein bisschen... Ein auf Peace machen, hier! Was? Das... Hier? Wo? Boah! Aha, Pixes Passivmodus! Ah! Yeee! Hehehe! Ick so! Boah, die scheiß Bullen, die gehen mir so auf den Sack, ey! Ist so! Warum machen sie das? Ah! Ach, komm schon! Ich bin einfach kein Shooter-König hier in GTA! Ja! Bazo! Ich bin fast down, scheiße! Hehehe! 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 Du kommst hier doch nicht mehr zum Spawn! Ne! 12 zu 0! Du stehst noch keine Sekunde! Genau! Dann bist du schon wieder recht! Hehehe! Was? 12? So lange schafft ihr? Hehehe! Ach, komm! Lass mich auf jeden Fall in meinem Auto... Hehehe! Hehehe! Diese... Ach, nein! ...preis... Cops hier, Mann! Na! Was ist da wenigstens beim Auto? Müssen wir jetzt gleich noch eine Munition kaufen! Hehehe! Auf jeden Fall liegt hier im Alkohol rum! Hehehe! Au! Lass mich doch am Leben! Ich wollte Ben abschießen! Das will ich mal abschießen! Hehehe! Das will ich mal abschießen! Hehehe! Alter, nicht dein Ernst, ne! Ach, komm! Lass mich noch mal ein bisschen rupacken! Hehehe! Hehehe! Ich bin nur weg von hier! Mie 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 mie! Nein, ich will gar nicht! Stopp! Alter, schießt mich sogar ein Gebüsch, ne? Hehehe! 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 Ich bin nur in seiner abgefahrenen Ruhl! Hehehe! 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 Ich schieh nur die ganze Zeit lang gewischt wie so ne Feige! Hehehe! 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 Was? Hehehe! Schön mit dem Auto! Au! Hehehe! 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 Boah! Darf ich nicht mal wenigstens einen Job machen? Ja, mit dem Deathmatch. Ich hab's vielleicht was, was cool wär. Ich hätt' dich fast gehabt. Ah, die scheiß Bullen, Alter. Lass mich doch in das Auto rein, bitte, ey. Och, Mann. Ja, Ben, ich weiß, wie ich will. Aber ich hab einen Kill. Ah, herzhaft. Leute, das ist jetzt, ich hab fast 10.000 verloren. Lass mich scheiße. Die paar Euro. Wär doller. Ich hab mich immer an den Supermarkt, dann hast du das Geld wieder drin. Ah, Deathmatch. Ich komme. Ich geh auch auf Toilette, glaube ich. Wir nehmen ja grad sowieso wahrscheinlich nicht. Nein, darfst du nicht? Ja. Ich glaub, wir sind da ja. Nein, Ben darf nicht hochkommen. Irgendwie in den Rennen gestartet, oder? Sind die anderen raus? Ja, ein Deathmatch machen wir grad. Achso. Also. Sind wir jetzt eigentlich noch in der Folge? Äh, ich hab schon, ich hab schon Ende gemacht. Ich weiß auch nicht. Ich dachte auch die ganze Zeit, wir sind dabei. Äh, ich werd mal, äh, beenden jetzt mal so. Das ist schon ziemlich viel. Du bist schon gemelt. Und? Vielen Dank.